Hallo, in diesem Video möchte ich gerne zeigen, wie man diese Aufgabe hier aus unserem Übungsheft zu den Grundlagen der Elektrotechnik zum Thema gespeicherte Energie, wo es um eine Schaltung geht aus einer Spannungsquelle, einem Widerstand und einer Induktivität, wie man diese Schaltung in LTSPICE berechnet oder simuliert in einem Netzwerksimulator. Also was passiert hier? Wir haben eine Spule, die wird aufgeladen über diesen Widerstand. In dem Moment, wo man hier diesen Schalter schließt, kann hier ein Strom fließen und am Anfang fließt die eben erstmal relativ wenig Strom, weil der Strom an der Induktivität kann ja nicht springen. Wenn der Strom sprunghaft sich ändern würde, würde da eine unendlich große Spannung. Also erstmal ist der Strom null. Wenn der Strom null ist, gibt es auch keine Spannung über den Widerstand. Dann muss die ganze Quellspannung über der Induktivität abfallen. Wenn es hier eine Spannung gibt, dann gibt es auch eine Stromanstiegsgeschwindigkeit. Dann steigt der Strom an. Wenn der Strom ansteigt, gibt es einen Strom über den Widerstand. Dann fällt hier auch Spannung über den Widerstand ab. Die Gesamtspannung bleibt ja aber konstant. Also wenn hier die Spannung größer wird, wird die Spannung hier kleiner und dann wird auch die Stromanstiegsgeschwindigkeit klein. Also das heißt, der Strom steigt noch an, aber der steigt weniger schnell an und der Strom steigt weiter an. Die Spannung hier wird größer, die Spannung hier wird kleiner, Stromanstieg wird kleiner und dann geht das immer so weiter, bis der Strom eben einen stationären Endwert erreicht hat, der hier von dem Widerstand und der Quellspannung abhängt und bis die Spannung über der Induktivität null ist. Das ist das, was hier passiert. Und am Ende fließt natürlich ein Strom durch diese Induktivität und der Strominduktivität, der entspricht einer gespeicherten Energie in dieser Induktivität. Und diese Energie, das habe ich schon mal vorher in einem anderen Video gezeigt, für diese Aufgabe hier, die kann man in LTSpice relativ einfach ausrechnen. Also ist jetzt mal die Idee, diese Aufgabe in LTSpice zu rechnen und dann diese maximale Stromanstiegsgeschwindigkeit, die kriegen wir da bestimmt auch aus. Also ich habe hier schon mal LTSpice mit aufgemacht, klicke hier oben auf diesen Button, um eine neue Schaltung zu erzeugen, klicke jetzt erstmal hier die Bauelemente rein, über Component findet man die Spannungsquelle, die packe ich natürlich mal auf die linke Seite. Hier findet man den Widerstand mit STRG R auf der Tastatur kann man den dreimal drehen. Warum dreimal? Weil dann nachher ein positiver Strom, mit Escape kommt man auch wieder aus diesem Malenmodus raus, weil dann ein positiver Strom in diese Richtung hier fließt. Und hier finden wir jetzt noch die Induktivität und die packe ich hier hin. Den Schalter brauchen wir nicht wirklich, den können wir uns sparen. Wir können auch einfach das so einschalten, die Spannung, ohne dass es einen Schalter gibt. Und jetzt verbinde ich das hier einfach einmal in dieser Masche ringsherum und baue hier noch einen Masseknoten hin. Den braucht man in so einer Schaltung immer, weil die Simulation im Hintergrund eine Knotenspannungsanalyse macht. Und diese Knotenspannungsanalyse braucht irgendwo einen festen Bezugsknoten, das ist sozusagen dieser Knoten. Steht auch hier unten dann da in der Ecke. Das ist Ground und die anderen Knoten werden fix durchnummeriert. Hier steht jetzt unten eben, das ist Knoten 1, das ist Knoten 2. Ich gebe denen mal gleich feste Namen und nenne den hier mal UQ, weil das die Quellspannung ist. Und nenne diesen Knoten mal UL, weil das die Spannung ist über der Induktivität. So, verbinde die auch noch so dran. Und jetzt steht hier unten, auch wenn man wieder in diese Ecke schaut, steht da, das ist der Knoten UQ, das ist der Knoten UL. Die haben jetzt einfach diese Namen bekommen. Jetzt brauchen die Bauelementen natürlich noch Werte. Die nehme ich mal aus der Aufgabe 24 Volt, 800 Ohm, 0,5 Henry. Hier mit der anderen Maustaste drauf. 24 Volt, 800 Ohm und 0,5 Henry. Komma muss man hier als Punkt eingeben. Und dann steht hier Serious Resistance Defaults to 1 Milliohm. Das ist so eine Besonderheit an LTSpice, dass die in dem Solver für die Induktivität standmäßig, im Normalfall ist die ja aus einem Draht gewickelt und der hat eben Widerstand und sowas. Ich, also gegenüber zu den 800 sollten jetzt natürlich ein Milliohm super kleinen, vernachlässigbar kleinen Einfluss haben. Ich setze die trotzdem mal händisch auf 0. So, dann haben wir hier die 0,5 824 in entsprechenden Grundeinheiten. Jetzt können wir eigentlich schon los simulieren. Und was man sich jetzt noch an der Stelle dann überlegen muss, also ich klicke auf das Männchen zum Simulieren. Wir wollen Transient simulieren, wir wollen im Zeitbereich simulieren. Wie lange müssen wir denn simulieren? Und da muss man jetzt wieder so ein bisschen elektrotechnisches A priori Wissen mitbringen, weil das natürlich irgendwie davon abhängt, wie groß diese Bauelemente hier sind. Und ja, letztendlich können wir sehr lang simulieren. Dann ist der Ladevorgang auf jeden Fall abgeschlossen, aber effizient ist das nicht und möglicherweise macht man dann eben Fehler, weil ja davor die Zeitschritte eben sehr klein sind oder potenziell zu klein. Also es wäre schon nicht schlecht, wenn man hier irgendwie eine sinnvolle Zeit eingibt, die eben gut zu diesen Werten hier passt. Und jetzt ist die Frage, wie kommt man von L und R auf eine Zeit? Und die Zeit, die hier gesucht ist, hat die Einheitssekunden. So Einheiten super, super sinnvoll, so eine kleine Dimensionsanalyse zu machen. Also passt nicht immer, aber in dem Fall passt es auf jeden Fall. Welche Einheit hat die Induktivität? Die Induktivität hat Henry. Was ist das in elektrotechnischen Grundeinheiten? Henry sind Voltsekunden pro Ampere. Also hier steckt auf jeden Fall schon mal Sekunde drin, aber Volt und Ampere müssen wir auch noch weg. Und Volt und Ampere stecken ja auch hier drin, weil der Widerstand hat die Einheit oben, oben ist Volt pro Ampere. Also wenn ich die Induktivität durch den Widerstand teile, dann kürzen sich Volt und Ampere weg, dann kommen da Sekunden raus. Und das ist auch praktisch die Zeitkonstante, die diese Schaltung beschreibt oder die die Dauer der Vorgänge dieser Schaltung beschreibt. So 0,5 durch 800, das kann ich jetzt wieder heute am Freitagnachmittag nicht mehr sinnvoll im Kopf rechnen. Deswegen nehme ich hier einfach einen Windows-Rechner und tippe hier mal ein 0,5 durch 800. Und das sind 0,625 Millisekunden. Und jetzt muss man sagen, naja gut, ungefähr 5 bis 10 dieser Zeitkonstanten braucht man. Dann ist dieser Ausgleichsvorgang, Ladevorgang wirklich auf jeden Fall abgeschlossen. Also tippe ich mal als Stoppzeit hierhin 6,25 Millisekunden. Das ist dann 10 mal diese Zeitkonstante, die sich daraus ergibt. Mir fällt an der Stelle ein, also wahrscheinlich würde das auch so funktionieren, wenn ich einfach 0,5 durch 800 eintippe und das Ganze noch mal 10. Und in eckigen, nee Quatsch, nicht in eckigen, sondern in geschweiften Klammern, dann passt LTSpice das als eine Formel und rechnet diesen Wert aus, sollte eigentlich funktionieren. Und das hier unten Skip Initial Operating Point Solution macht, dass wir vorher davon ausgehen, dass der Strom am Anfang wirklich 0 war. Also das macht sozusagen den Schalter hier. Wir schalten ein am Anfang, da vorher war die Quelle nicht. So, jetzt kann ich mir mal Strom und Spannung hier anschauen. Also die Quellspannung sollte natürlich konstant bleiben. Das bleibt sie auch, aber man sieht, wie die praktisch eingeschaltet wird. Der Strom durch den Widerstand, wie gesagt, der sollte über der Zeit ansteigen. Genauso natürlich der Strom durch die Induktivität. Klicke ich mal drauf, das ist der gleiche Verlauf, ist ja auch logisch, das ist nur eine Masche. Und die Spannung über der Induktivität, die sollte über der Zeit abfallen und das macht sie auch. Das ist genau das, was ich vorhin geklärt habe. Und jetzt kann man wieder, wenn man die Alt-Taste drückt auf der Tastatur, dann ändert sich hier der Modus und es kommt wie so ein Thermometer. Das Thermometer soll einem sagen, hier jetzt kannst du dir Leistung anschauen. Ja, also sowas wie Verlustleistung an einem Widerstand, den den warm machen würde. Deswegen Thermometer oder hier eben Leistung, die in der Induktivität gespeichert wird, als Blindleistung in dem Feld, in dem magnetischen Feld. Also klicke ich jetzt nochmal drauf und dann ist das hier oben Spannung mal Strom an der Induktivität. Das ist die Leistung an der Induktivität. Und da sieht man, die steigt erstmal an und dann fällt die wieder ab. Das ergibt sich eben genau aus diesem ansteigenden Strom, abfallende Spannung und so genau aus diesem Verlauf. So, wenn man jetzt hier oben drauf geht und jetzt die Steuerung-Taste drückt auf der Tastatur und gedrückt hält und jetzt hier oben drauf klickt, dann kommt ein neues Fensterchen und das zeigt einem an, was hat man jetzt über diesen Zeitraum von 0 bis diesen 6,25 Millisekunden für eine mittlere Leistung und für ein Integral über die Leistung, das Integral über die Leistung entspricht natürlich die Energie. Und das sind 224,95 Mikrojoule. Und das ist das, was auch in der Aufgabe jetzt als erstes Mal gesucht war. Ja, wie groß ist die in der Spule gespeicherte Energie? Und das kontrolliere ich hier mal, vergleiche ich das mal mit der Ergebniskontrolle, muss ich mal runterscrollen zur Aufgabe 42. Hier ist sie. 0,225 Milliwattsekunden. Also eine Wattsekunde ist ein Joule. Und hier sind jetzt eben 225 Mikrojoule und hier sind das 0,225 Millijoule. Das ist natürlich das Gleiche. Okay, also das passt auf jeden Fall schon mal. Das, was noch in der Aufgabe gefragt war, können wir gleich mal gucken, ist diese maximale Spannungsanstiegsgeschwindigkeit, ne, die maximale Stromanstiegsgeschwindigkeit 48 Ampere pro Sekunde. Bei T gleich 0, gucken, ob wir die noch ein bisschen aus dem Diagramm rausgeholt haben, ne. Diese Frage hier, wie groß ist die maximale Stromanstiegsgeschwindigkeit und wann tritt sie auf? Naja, das hier, diese grüne Kurve und die rote Kurve, das ist der Strom. Und, tja, ein bisschen tricky, da jetzt das rauszubekommen aus dem Diagramm, aber man kann es ja mal probieren. Also wir können zwei Cursor nehmen. Und können mal einen Cursor hier ganz an den Anfang packen. Dann ist der auf jeden Fall bei 0. So, und jetzt ist die zweite Frage, wie kriege ich hier einen zweiten Cursor hin? Indem ich hier, glaube ich, nochmal draufklicke. Genau, dann kriege ich nämlich einen zweiten Cursor. Und den schiebe ich jetzt mit den Pfeiltasten auch mal nach da vorn. Und zwar so, dass der jetzt eben nicht direkt da drauf liegt. Also, weil dann kann ich keinen Einstieg bestimmen. Aber wenn ich den jetzt einen Punkt weiter lege, dann ist der eben 61 Picosekunden weiter und eben einen entsprechenden Strom weiter. So, und dann ist das ganz gut, dass hier nämlich das Ding uns direkt so einen Slope angibt, direkt so einen Anstieg angibt. Und das sind 48,59 irgendwas, naja, Ampere pro Ampere pro Sekunde. Ja, und ich nehme mal, also noch ein, kriege ich den noch, noch einen weitergeschoben. Ja, also, die Zeit ist jetzt ja irgendwie super klein und der Strom ist auch sehr klein. Was Kleines durch was Kleines, da ist die Unsicherheit relativ groß. Wenn man mal einen Schritt weiter geht, dann kommt man auch ein bisschen dichter an die 48 ran. Und dann sieht man, jetzt wird der Strom aber schon oder dieser Anstieg irgendwie deutlich kleiner. Genau, 46, 44. Jetzt bin ich ja auch schon mit diesem Cursor hier ein ganzes Stück da fortgeschritten. Also, ja, hier vorne passt das schon ganz gut. Also, diese 48, ich gehe noch mal auf das, auf die Ergebniskontrolle hier. Die kriegt man aus der Simulation auf jeden Fall auch ganz gut raus. Ja, also, man kann mit LTSpice relativ einfach für diese Schaltung, sowohl diese in der Induktivität speicherte Energie als auch diese maximale Stromanschlussgeschwindigkeit ganz gut bestimmen. Die tritt eben am Anfang auf. Und das ist eine wunderschöne Lösung davon, wie man ziemlich einfach diese Aufgabe hier in LTSpice lösen kann. Und das ist eine wunderschöne Lösung. Vielen Dank.